Man darf nicht vergessen, bei Arptroom gibt es noch einige größere Token-Unlocks die nächsten Monate. Ja, das war auch ein Thema jetzt bei Neon EVM, dem neuen Coin, den ich vorgestellt habe. Auf welcher Börse gab es den nochmal? Achso, BingX, Neon EVM. Neon EVM habe ich übrigens selber auch schon eingekauft. Mache ich sehr selten, aber mache ich bei riskanten Projekten, die ich vorstelle, damit ihr wisst, dass ich nicht nur einfach labere, sondern selber auch einkaufe. Habe ich in zwei Portfolios jetzt eingekauft. Das Risiko, was ich bei Neon EVM sehe, ist gar nicht in Bezug auf die Token-Ausschüttung, weil da kommt bis Mitte 2024 nichts mehr auf den Markt, also diese 5% bleiben ungefähr gleich. Aber dann, so im Sommer 2024, kommt bis zum Boran, eventuell sind wir dann bei 15-20% Ausschüttung. Das heißt, es kommt nochmal gut was zum Boran hinzu, aber man darf nicht vergessen, vieles davon ist auch im Boran und andere Projekte haben weitaus mehr Inflation gehabt. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, lasst uns warten auf den Dezember bei Optimism, weil da sehr viele Token rausgehen. Zum einen Token an Inflation, also an die Leute, die investiert haben, aber auch, vielleicht kann ich es hier finden, Optimism, also bei Optimism geht sehr viel raus, vor allem im Dezember. Hier, das ist die beste Seite, glaube ich. Token Unlocks, Optimism. Optimism wäre das beste Beispiel. Wisst ihr noch, wie ich vor dem Dezember gesagt habe, lasst uns den Dezember abwarten bei Optimism, weil da kommt noch sehr viel von den Coins in Umlauf. Dezember, am Ende von 2023, sehr viel von den Coins dazugekommen und es wurden nochmal sehr viele Coins ausgeschüttet an Entwickler-Inzentiven. Das hatte ich heute in der Altcoin-News-Folge, kommt auch noch, aber wir können es kurz anschneiden, weil es für das Thema relevant ist. Wenn wir uns Optimism angucken, dann hat es jetzt 30 Millionen Optimism-Token rangegeben an Leute, die auf dem Ecosystem was zur Suche haben und tun. Layer-2-Projekte, aber auch sowas wie DeFi-Lama hat sehr viel an Token abbekommen und andere Explorer-Seiten und so. Da bin ich nicht der größte Fan davon. Ich finde, man hätte alles den Entwickler geben sollen, aber Optimism will sich natürlich auch ein gutes Netzwerk aufbauen mit Freunden und so kann man verstehen. Kann man hier, irgendwo konnte man sogar die Liste sehen, aber Vitalik Buterin hat es nochmal reingeschrieben. Hier, die Projekte auf Base von Coinbase haben einfach 10% davon abbekommen, mehr als 10 Millionen Optimism-Token. Aber diese Ausschüttung, die es jetzt im Dezember gab, hat den Preis nicht stark bewegt. Warum? Weil die Leute in Bezug auf Optimism langzeittechnisch optimistisch sind. Wenn man es anguckt, hier, ein Jahr, wo haben wir es? Dezember einfach weiter gestiegen. Von Oktober bis jetzt einfach durchgestiegen, gestiegen, gestiegen, weil die Leute nicht verkaufen. Sie halten die Coins. Genauso bei Projekten wie Casper mit K und Proof-of-Work-Projekten, die am Anfang eine sehr starke Inflation zugunsten von Minern haben, sehen wir ein ähnliches Bild. Hier die ganze Zeit starke Inflation zugunsten von Minern, aber trotzdem gestiegen. Von 1,6 Cent hoch auf jetzt 11 Cent. Und das bei starker Inflation zugunsten von Minern, vor allem bei Proof-of-Work-Netzwerken im jungen Stadium, weil die Massen gierig sind. Die Menschen sind gierig und wir wollen das Bestmögliche rausholen. Auch die Entwickler, die diese Entwickler-Inzentiven kriegen, die gerade nicht verkaufen müssen, weil sie Not haben oder so, die werden es behalten. Die werden es nicht verkaufen. Also Inflation wird man erst richtig im Boran spüren und das auch nur, wenn kluge Retailer dahinterstehen. Also ein bestes Beispiel wäre sowas wie Gala. Hatte einen Gaming-Hype 2021 5000x gemacht. 5000x. Warum? Weil zum Teil, und Gala hatte im Boran sogar noch starke Inflation. Das muss man sich mal geben. Im Boran noch starke Inflation. Und dennoch 5000x, weil die Retailer dahinter nicht so klug sind. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich immer an XRP und XLM, wir können alle argumentieren und wir können alle uns vielleicht darauf einigen, dass sowas wie ein XRP-Investor mehr Gehirn hat, als jemand, der Gala kauft. Also der durchschnittliche Gala-Investor hat weniger Gehirn und wird den Ausstieg eher verpassen als ein XRP-Investor. Und das ist auch immer so ein Ding. Die Leute, die jetzt die Coins kriegen, sind sie richtig klug? Werden sie den Anstieg abbremsen? Oder sind das vielleicht eher die Investoren, die wohl eher die Ausstiegsliquidität bringen? Versteht ihr, was ich meine? Also auch wenn ein Coin im Boran viel Inflation heißt, heißt das nicht zwingend, dass es abgebremst wird. Das hat immer zu tun damit, mit den Investoren und was sie mit diesen Coins machen. Ich hoffe, das konnte deine Frage beantworten. Vor allem auch zu Optimism und sowas wie Neon, die vor allem sehr viel Liquidität hinzubekommen. Da hat sich meine Meinung im Laufe der Zeit mit belegbaren Fakten auch etwas geändert. Falls jemand hier nach einer Börse für den Krypto-Einkauf sucht, so kann ich klipp und klar mit bestem Gewissen BitWafo empfehlen. Günstig, sicher und EU-reguliert und sogar versichert bis 100.000 Euro vor Diebstahl und Hacks gibt es über meinen Link 10 Euro Startguthaben. Die ersten 1000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit.